Und da kommt er wieder. Der Caritas Hilfstruck rollt durchs Land. Genauer gesagt, von 13. bis 17. Mai macht der Truck Halk in der Kummerbergregiode. Geklingelt wird bei allen, die Möbel spenden wollen. Und dann geht's ganz schnell. Ob Kästen, Betten ohne Verbau oder Tische mit Stühlen in Kombination. Zackig wird geprüft, zerlegt und mitgenommen, bevor es schon zum nächsten Stopp weitergeht. Umweltfreundlich Ressourcen sparen, Möbeln ein zweites Leben schenken und Arbeitsplätze schaffen. Der Caritas Hilfstruck. Jetzt in deiner Region.